Und Taremi hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Porto eine Gruppe gewonnen hat, wo man vor der Gruppenphase nicht Porto als Gruppensieger getippt hätte. Das ist einfach so. Und Porto habe ich dann auf der 1 als portugiesischer Meister. Wo man vor der Gruppenphase nicht Porto als Gruppensieger getippt hätte. Das ist einfach so.